Es frisst alles auf. Das Samz ist in Herrn Taschenbiers Zimmer. Dann sagt das Samz Mh, ist aus Karton. Delte das Samz fest. Karton schmeckt sehr gut. Und aß den Papierkorb auf mit allem was darin lag. Wehe, wenn du in den Stuhl beißt, sagte Herr Taschenbiers. Das Samz aß dann die Blumenwase mit den Blumen darin auf. Glas mit Wasser schmeckt gut. Und schmatzte dabei. Dann schnüffelte es am Ofen. Dann wünschte sich Herr Taschenbier, dass das Samz nichts mehr aus seinem Zimmer frisst. Musik 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 Musik